Ich bin Künstler aus Berlin und heute mache ich zwar nicht aus Wasser Wein, aber dafür aus einem Granatapfel eine Kiwi. Eigentlich war nämlich der Plan jetzt so ein tolles Porträt zu malen, das zur Hälfte aus einem Granatapfel besteht. Allerdings hatte ich da von Anfang an irgendwie nicht so das richtig gute Bauchgefühl bei und ich hätte mal lieber drauf hören sollen. Nachdem ich dann grob nämlich alles auf die Leinwand gebracht hatte und eigentlich bereit gewesen wäre mit den Details anzufangen, hat mir das Ding irgendwie nicht mehr gefallen und ich hätte es am liebsten in die Ecke gefeuert und gar nicht mehr weiter gemacht. Nach ein paar schlaflosen Nächten habe ich mich dann dazu entschieden aus dem Granatapfel einfach eine Kiwi zu machen und das hat dann eigentlich relativ gut funktioniert in der Gesamtkomposition. Der Drops war hier natürlich immer noch nicht gelutscht, weil ich das Bild zwar konzeptionell jetzt ganz gut durchgeplant hatte, aber immer noch die Details reinbringen musste und das Ganze halt fertig malen muss. Also habe ich mir nochmal einen extra Tag Zeit genommen, um die Haut so ein bisschen auszuarbeiten, ein bisschen lebendiger und faltiger wirken zu lassen und das Ganze insgesamt einfach fertig zu machen. Das ist halt echt immer irgendwie nochmal anders befriedigend, wenn man so ein Bild eigentlich gar nicht beenden wollte und dann mit dem Ergebnis doch sehr zufrieden ist. Ich hoffe, das Bild gefällt dir und ich finde, die Kiwi sieht fast so zum Anbeißen aus wie du.